E.O. Alter wir haben so Pech gerade ne Unser ADK wollte Genehm' es wird gepickt Läuft würde ich mal sagen Läuft würde ich mal sagen Oh, die haben bisher keinen AP. Oh, die sind wir. So ungefähr... Yeah! Wah, oh er ist so... Jop! Ja leute, gegeee! Nyeeeh... Ich habe großes Vertrauen in die Irelia Ja, gegen die Engplaying Nee, mir geht es einfach nur darum, wenn die Irelia spielt, ist sie immer Rassidi Stimmt Die Gegner haben zweimal eng Oh, nö, aber da fangen die kein TP, das ist ganz gut Äh, das ist für unseren Top-Leader gut Ja, wir haben auch zweimal Exos, wir haben MF-Support, Leute Und, oh, oh, man, Leute, wieso? Weiß ich nicht, doch, man Sind die nächsten Spreemade oder so, wo ist mein Exos? Kann man das nicht sehen, Leute? Ja Wird sich egal, ob ich denn sehe, was die Gegner sind, das interessiert, ist mir fast das Bursch Mache ich eine Early-Gang-Botlane? Nein Gegen Jinn und Sona? Ich habe nicht zuhört Early-Gang-Botlane Achso, das kannst du noch Red Buff Golems für Level 3 vielleicht? Ja Woran sieht man denn, dass man Pre-Made ist? Steht das da nicht? Nee Nicht wirklich Weil wir sind ja auch Pre-Made und bei uns ist auch alles normal, sag ich mal Alter, ohne Witz die KD von uns, ne? Die MF 4,3, 9,3 Der Draven 5,3, 5,9 Die, okay, Rhea ist das erste Spiel mit ihr, Rhea Du 3,5 Und ich so 11,4 Gegner, Team sind alle wurscht Ja, die KD war das jetzt oder die wir in Ja, Kill und Kill und Ja, der muss bei Zerg mal auf die Assist gucken bei mir Obwohl ich spiele es echt so selten Oh Gott sei Dank, ja, ich dachte schon, ich hab jetzt die falsche Maßlüsse drin Wär unlucky gewesen Ja, weil ich hab's nämlich eben im Blood Moon Spiel gemacht Und da hab ich dann nach dem Ruhm rumgebastelt, hatte Yasuo gespielt und hab dann bei dem Glinkenbaum Das erste, ne? Da kannst du ja zwischen Attack Speed und Ability Damage Also einfach ein Fähigkeitsschaden Ja Oh, ich hatte das halt gewechselt, aber nicht Ähm Der hat das jetzt nicht Boah, gib mir doch nicht jetzt schon auf den Sacki Alter Ich glaube, wir sind wirklich nicht zu gut Ich bin nicht zugegangen Ja, der Bote Leid ist ein mega viel Trav Das ist unglaublich, Alter, wie die sofort auf Krawall gehen Ja, das ist Leblanc, Alter Ja, trotzdem, weißt du sprichst mir gleich Ich komm grad auf die Lane Will meinen ersten Minion nehmen, dem ich den Auto mitgebe Und sie sprichst mir direkt in die Fresse Ja, normal, irgendwie Nee Doch, ist Leblanc schon Ja, warte, viel Glück Oh, lol, hier ist ein Wort drin, als ob die ein Wort drin haben Das ist unglaublich! Ja, das ist der Ding da draus Boah, MF, bitte halt Ey, Alter, den jetzt gleich so stark anfängt, ne? Denn, ach Nee, warf war sie nicht Ich weiß auch nicht, wie sie da gestorben ist Ja, also ich weiß nur, dass MF gestorben ist Wie, hab ich keine Ahnung Ja, das riecht mich jetzt grad so auf, dass jetzt hier die Die Sache ist, wenn du im Ganken kommst, bringt halt das auch nicht Dann springst du einfach raus Ja Das ist halt was so scheiße Ja, muss, müssen wir warten, muss sie mal ihren Jump raus hat Weil sie, sie wird dich ja wahrscheinlich mit QW poken Achtung, Udi Ja, sie springt halt rein, hat einfach Kette gemacht Sie hat eh gleich draus, ne? Okay Das sind die Bilder raus schon Ich werde mal gucken, dass ich hier irgendwie mein Käfig so hinsetze, dass wenn sie rauf Das wär, so, das wär eigentlich ne ganz gute Möglichkeit, ja Ja Ja, ich hab sie grad getroffen Nice Weil sie ist ja halb live, wie du siehst Ich komme Ja, sie hat jetzt sprung gleich wieder ready Ich komm trotzdem Ja, sie wird auch gleich rauf Ja, wir hatten sprung raus Ja, sie wird auch gleich rauf Ja, wir hatten sprung raus Ja, ich hab mit der Q, wenn ich den gekriegt hätte, wär nice gewesen Ja, klar, aber das war so Wasted Flash, weil sie eh tot war Weiß noch vielleicht jeden Ja, klar, ich bin super Genau Natürlich Egal Sie hat jetzt Flash raus, wär eigentlich geil, wenn du gleich nochmal kommst Ja Ja Weißt du, woran es liegen kann, dass die FPS Manchmal trotzdem auf 60 gedrosselt werden, obwohl man ohne Deckelung und so anhat? Ohne was? Ohne Drosselung Ohne Deckelung? Da steht doch ohne Deckelung Ja, ohne Deckelung Dass die, also, dass nicht begrenzt sind, die FPS Ja, kann trotzdem sein, dass du mal einen Einbruch hast, weil die Connection auf einmal abkackt oder so Ja, das ist, aber sie bleiben ja konstant auf 60 dann Das heißt, das hättest du halt diese V-Sync oder so an, weißt du? Aber nein, V-Sync ist nicht an, jetzt ist es einmal an Jetzt mach ich raus Kann ich dir nicht sagen Das ist total dumm, das sackt übel Keine Ahnung Äh, geh mal zu Udi Äh, ja doch, Udi war schon richtig Ja, als ob mir jetzt LeBlanc auf den Sack geht Ey, Maaan Maaan Ja, sie hat jetzt Sprung wieder ready, sie hat Urirollt, sofort ready sehe ich Ich bin da Ja Oh, jetzt bin ich hier leider Ich hab leider kein Old Das war immer die richtige, das ist unglaublich Egal, sie muss backward Ja, war unlucky, dass wir den halt nicht mehr bekommen haben Ja, das stimmt Ja, das stimmt Oh je, das mal, wenn Walger sagt Ice-Mail-Dick Ne, ich hör immer Ice-Mail-Dick Pfff Das ist einfach nur so apartig Oh, Ice-Mail-Dick Ja, und das jedes Mal, Alter So Ne, das ist einfach nur so What the fuck im Moment Das geht überhaupt nicht klar Ich würd mir mal Gedanken machen, wenn du die ganze Zeit noch dick verstehst Ja, der sagt das so undeutlich halt Ja, ja, daran liegt's, klar Die Sache ist, wenn du ganz genau zuhörst, dann verstehst du auch Ice-Mail-Death Aber wenn du halt so grad so am konzentrieren bist, du willst den Farben kriegen Dann verstehst du manchmal Ice-Mail-Dick Wo ich mir nicht so denke Herr Kiki Ja Alles klar Die, 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 die Die, 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 die Ja, sicher Damit dürfte ich eigentlich nur 6 kommen Die kämpft nicht Ja, also ich mein, mit, mit Golems dürfte ich eigentlich... Ah, ich weiß nicht, ob das ausreicht Nein, es hat nicht ausgereicht Ich hab das Gefühl, dass die Die, die Räder müssen Ich hab das auch nicht ausreicht Das ist nicht so Es ist nicht so Nein Loll noch mal mit nicht Fehler gemacht, sie hat sich halt den Tower-Range-Stun noch Ja Udi will glaub ich gleich den Lampen mit ihm machen Ja, ich komm gleich hin Ich bin auf der Weg, Hallo! Hi Na? Ich bin mir nicht sicher, ob ich... Kein Ernst Er war irgendwo da halt Deswegen, der wird grad gleich lange machen Hallo Udi Ja, Alter, wie trägt das jetzt? Irelia kommt dir zu Hilfe Irelia! Oh Gott, ist die blöd Wird die Pflanze so hart verkackt da, dass wir's nicht sehen? Hm, hab ich Alter Also Du hast'n Kill, Draven Nie die Kille nennt's, oh ja, nen weiteren noch Oh, er macht die 3BS-Taktik Ich wäre aber auch mit, ne? Oh! Soll ich? Äh, ja, jetzt, 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 jetzt! Shit! Ich musste wegen der Falle zurückkehren Ich hab' in 4 Sekunden 2 1 Merk, merk, merk WUH! 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 Ich konnte nicht jumpen, schade. Eight Minions blockten wir. Hör, das ist doof wie du dir. Kauf dir Phantom Dancer, da kannst du durchlaufen. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Hätte ich meinen Jump eben nicht verkackt, sondern getroffen, dann wäre alles gut gewesen. Allein hat die Portland leider mal den Tower schon eingerissen, was? Nice. Loll? Hab ich gleich mitgekriegt. Pass mal auf, wegen Drake, ne, das ist ja, Uli kann ihn doch nicht früher alleine machen. Ja, wir müssen den langsam machen. Die Rehersackt ein bisschen rein mit 2-0. 3-0-3. 3-0-3. Wollten die, hat die Leblor dich gerade gekillt da? Hinter dem, äh, bei dem Red? Mh, ich bin, ne, ich glaube GP, obwohl ich bin mir da gar nicht sicher. Huiiii! Jo, ich mach der Leblor auch kein Damage mehr, Angst. Weißt du, die holt sich Mike, die hat sich auch mal hier und ist das. Ergibt sind wir. Der Leblor fehlt. Der Leblor fehlt, kommt zu euch wahrscheinlich. Ja, das ist er. Oh Gott! Oh wow. Nice! Ich hab gleich wieder Jump Ready. Das ist so lächerlich. Huuhu! 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 Alter, Alter. Alter, die Ulti, die hätte nicht besser kommen können. Das war ne E. Boah, warte noch mal. Dann teilt der Knock-Up, der hätte nicht besser kommen können. Kein Ding. Scheißiger. Alter. Ich hab das Luck, dass ich die Sona mit einer Q, einer W und dann dem Auto-Hit töte, weil der Auto-Hit Thunderlots prockt. Und dann erstmal wegkomme, weil die Leblanc überlebt meine Ult, der kommst, du killst die und hast den Grudier. Damit der hab ich dich killdruck geschlagen und den hab ich doch auch gekriegt, denn als Kill sogar. Ey, mehr Luck geht nicht gerade. Das war schon awesome, Alter. Das war richtig gut, aber wir haben den Dragon bekommen. Einen Bergdrechen vor ihm. Wir haben einen Baron bekommen. Was, ey? Hilfe, 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 Hilfe. Boah, sie hat verkackt. Leck mir im Arsch. Seht ihr, ihr uns dann, ihr, oh. Ich hab drei, ich hab drei Stun Ready. Oh, ich seh grad weh raus. Wuuuui, okay. Ich will den, oh, ich wollt den einen. Kann's gleich Blue haben. Ja, Irelia, wenn Lane durchgepusht ist, äh. Uh, uh, Nudie. Stunny? Soll ich gern, wenn er bräuchte. Oder Flash, wow. Egal, Uli Flash. Hallo, Ward. Hallo, Ward. Ich hoffe, dass er zu erhöht hat und weg, ne? Die Räder denkt es so. Hm. Das geharrt nicht. Das war nicht gut, ey. Ich glaub, hier ist ein Ward. Und? Die Sache ist, die sind, die haben alle so wenig Leben, dass ich die töten kann. Außer den Leblanc. Weil die so viel Damage hat, dass sie mich vorher selber killt. Der Gangplank ist hier in der Mitte. Hm. Der ist im 10, Alter, yo. Der kommt zu euch runter, der kommt zu euch runter. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Jupp. Da ist er. Was ist denn der Leblanc? Ich hasse sie. Ich hasse Leblanc. Oli. Das war die falsche! Oli. Oh. Oli. Oli. Das war die falsche! Oli. 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 Alter. Das kommt noch dazu, du hast keine Resistenz inhalt, aber du kriegst ja auch noch mal extra Aser Caleb Blanc portet sich back, wie man sieht Was veranstaltet ihr denn? Boah, der Draven mit den Crits auf... Der Draven mit den Crits Wir holen dir gleich einen Blue, wo ist mein Handy? Hä, wo ist mein Handy? Du hast es weg, okay Lass mich, du sagst mal, ich geh mir auf den Sack Und ich weiß nicht, ob es Worth war, dass ich gestorben bin Dass die Irelia gestorben ist nicht, aber wir haben die Tower halt auf Botlane treffen können dadurch, ne? Oh, ey! Hallo, das sind ja alle! Kannst du Blue kommen? Ach ja, genau Ich hab das überhaupt nicht mitgekriegt, dass da auf einmal alle waren, ey Lalalala Lalalala Easy Ich glaub ich hab nicht einmal die Wölfe bisher gemacht Brauchst du auch, also... Ja guck, die Wölfe eigentlich... Am unnötigsten ist Grump eigentlich, weil die halt keine Farm gibt, ne? Ja gut, doch, da bringt sie irgendwas mit 80 Gold, glaub ich, ne? Ja, aber das ist mehr Worth halt, äh... Die... Felste zu machen, ganz unten Ja, also die bringen, glaub ich, am meisten Auch an Erfahrungspunkten Oh, hier ist ein Wort Und die Vögel halt, denn... Weil das einfach die meisten Creeps sind auch Ja, hier ist ein Gin Ja, hier ist ein Gin Nein, nein Nur mal nur Klopp! Alles geplant Alles geplant Alles geplant Das Problem ist, dass die LeBlanc jetzt weit bis hier reingehen kann Hey! Ah, der scheiß Toppinggänger Ich bin so tot Boah, ich leb noch Loi Ich hab da für keinen Assisten mehr bekommen, alter Hauptsache, die AD Carry macht jetzt... Hauptsache, die AD Carry macht jetzt... Was hast du? Achso, du portest dich, weiß ich, dass du... Nee, nee Der Draven portet dich, weiß Nee, der soll, der muss ja da... Ja, eben, deswegen Er macht lieber Udi Nee, aber einfach... Ja, die Sache ist... 5, 1, 3... In der Mitte... Achso... Nee, ist okay... Damage ist da... 340 AP Okay... Ja, ich stehe 2... Äh... 2, 2, 4... Das ist okay... Äh... Beziehungsweise, äh... 3, 2, 3... Äh... Hashtag, bitte kommen alle Ich gehe jetzt zur Base... 2,000 Gold... Und kein Leben Ja, weil... Dann bitte, bitte gleich Next sein Okay, ich komme Alles klar... Hauptsache... Gott, diese Range... Einfach so OP Hauptsache... Ehe... Nee... Lol... Wer hieß? Ich mag den Skin... frankly... God Job... Wow... Das war nett, der Flash von der MF. Hat nur leider nicht funktioniert. Die Idee war gut. Ich sag dir, Leblanc flasht erstmal. Die nimmt mein Start rein. Ja, gg. Hier ist Ud. Hallo, du bist da auch nicht. Ich hab dich nicht gesehen, sorry. Leblanc? Na klar. Einfach die Böber. Ja, lenke dich mal schon ab. Quiche da rüben, bleh. Ja, ist voll gut. Du bist nicht gestorben. Wir haben einen Turret gekriegt. Not even close, Alter. Ja, ich hab ihn ein Weilchen nicht gesehen. Das kann nicht sein. Ja gut, stimmt. Möglich ist das da. Ich hab den jetzt schon länger nicht gesehen. Report mit dir. Thank you. Vor? So lange wir das Game gewinnen, ist mir das eigentlich relativ egal. Hauptsache die Rage erstmal gleich rum. Vor 11k. Okay. Wollen wir versuchen gleich? Ist ja keine weh. Ich geh zu weit weg für dich. Mann, nooo. Ich krieg kein Assists, Alter. Nicht wahr? No, du hast keine Assists gekriegt? Nee, ich hab sie nicht getroffen. Sie ist im perfekten Moment. Ne Millisekunde. Ja, das wollte ich gerade sagen. Weil der Sprung, der hat doch getroffen, bin ich der Meinung. Ich dachte, sie hat die Wert nach dem Sprung halt. Also als sie einmal hochgeschlagen wurde, zurückgeportet. Leider nein. Ja, kann ich mit dir. Ich mach mal kurz den Turret, ne? Oh Gott. Braucht ich vielleicht etwas Hilfe, da? Aber nicht zwingend. Aber unser Draven ist halt einfach ein Gott, Alter. Oh, ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin doch nicht tot. Oh, hier, 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 oben lang, oben lang, oben lang. Oh, ich bin so tot. Nee, ich bin so tot. Ja. Ja, deine Dings. Das Auge. Nochmal. Ja, ich hab es ist. Ich hab halt einfach so geholfen, die ist ganz stopp. Oh Gott. Nein! Ist okay. Loi. Good job. Hm 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 hm. Ja ja, ich bin Legendary, ist okay. Der Gangflank spielt gut, ja. Das ist doch der einzige Gute von denen. Irgendwie schon, ja. So, was gönne ich mir jetzt? Gönne ich mir ein bisschen AP-Tank? Ach komm mal. Ich wohn mir jetzt als nächstes Sonias, weil ich bin Legendary, das heißt ich bin laufender goldener Sack für die. Joa, so kann man's sagen. Äh. Du kennst doch diese Bänder von Pullis, ne? Ja. Ja, ja. Ich hasse das, wenn sich die Bänder automatisch irgendwie verstellen und dann das eine Band einfach fünf Meter lang ist und das andere so zwei Zentimeter. Ja, das kenne ich. Ach, suckt übel. Das hast du schon alleine sich halt verändern, ne? Ja, das suckt übel. Ich hab jetzt bisschen Angst alleine vorne umzulaufen, hätte ich gesagt. Ja, komm Barron. Aber das ist okay. Lalalala, 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 lalalala. Lalalala, 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 lalalala. Ich war einfach der... der Udi... der Gateclang, weil's der jetzt so voll im... Hallo Udi! Hat er den gemacht oder hat er nicht gemacht? Ja, hat er. Bin da, ich bin da, ich bin da. Easy! 12, 1, 150 Farben, könnte ein S-Rank werden. 2, 3, 10? So krieg ich meine KD nämlich zustande, weißt du? Diese 3, 5. Weil ich halt mehr Assists hab als Kills und so. Ich mein, ich bin ein Tank. Ja, du schmelzt aber auch Tank. Eben. Ich bin ein Tank. Ja, wenn du, wenn du, wenn du ziemlich AFI spielst, dann ist es genauso anders. Hä, ich glaub, ich spieg gleich mal ne Runde voll AFI-Sack. Alter. Ich hab nicht mal Ult benutzt. Einfach nur gestunt-qt worden. So läuft das bei uns im Mauenland. Naja. 13, 1. HUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUL... Jinn ist doch fast gestorben, Alter. Gigi, gewonnen! Good game! Schönes Spiel. Ja, aber ich hab jetzt nämlich meine Promo geschafft. Ich hab ne Kiste bekommen. B-. Na komm, B- hätt ich jetzt nicht gewartet. S-. Bei 2, 3, 10? B-? Ja gut, mein Farm ist nicht gut, aber trotzdem. B-? Ja, deswegen spiel ich nämlich auch zum Beispiel immer nur... Und die Bot-Lane, die Farms klappere ich ab und vielleicht mal Wölfe, wenn ich Top-Länge gankt habe. Weil dadurch nämlich dein Farm auch automatisch höher ist als von den anderen. Ja, klar, aber das ist so. Das ist immer so, weil die halt... Weil die Vögel sind 7-Farm. Und die Steindinger sind der einmal... Oh... S-. 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 Ja, hast schon recht, aber irgendwie... Weiß nicht. Ja, so kriegt man sein Fahrrad zusammen, ne? Stimmt. Såd ich се auf Freedom! Selbstmacht. S- S-